Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich freue mich sehr heute auf das Interview mit Christina Weigel von Erwachsenenbildung, Coaching-Bereich, Corporate-Training. Und meine erste Frage an dich gleich, wie bist du auf dieses Thema gekommen, Herzkohärenz, und seit wann integrierst du das in der Erwachsenenbildung, in Firmentrainings? Kannst du den Leuten, die jetzt heute drin sind, ein bisschen erzählen, wie das bei dir so angefangen hat? Ein herzliches Servus, lieber Remo, herzliches Hallo nach draußen, alle, die zuhören. Ja, also ich bin seit 20 Jahren in der Erwachsenenbildung und die Service Excellence und die Leadership sind meine Hauptkompetenzen da draußen im Business. Und da sind diese emotionalen und sozialen Intelligenzen oder Kompetenzen much entscheidend. Und in den Firmen tönt das sehr oft, ja, wir machen kein Spürst mich, Fühlst mich, Kurs. Und da bin ich auf die Suche gegangen, was ist denn wissenschaftlich erforscht? Den emotionalen Intelligenzquotienten kann man ja messen. Und ich bin vor zehn Jahren bei der Hartmess gelandet. Und bei der Hartmess hat es mich so fasziniert, dass wir mit Übungen sehr schnell in einen klaren, souveränen Zustand kommen. Und wenn ich mit Kunden zu tun habe oder mit Mitarbeitern zu tun habe, macht das eben genau den Unterschied. Und es braucht schnelle Übungen, wo man im Business eigentlich im Alltag immer umsetzen kann, ohne dass man da was Langes tun muss. Also schnelles Umschalten von Emotionen, dass ich wieder klar bin, wenn ein Kunde vor mir steht, anstatt dass ich mich nerve. Das hat mich total fasziniert und hat es mir in den Ärmel reingezogen, wirklich, wirklich. Ja, wir haben uns ja schon mal kennengelernt am See, die Waldstädte-Seer, und ich habe deine Begeisterung gespürt und diese Leidenschaft, ein Feuer, das brennt. Und was sind dann so die Stärken, diese Hartmess-Techniken? Was hat dich so begeistert? Du hast schon angetönt, es funktioniert, es wirkt schnell. Genau, also wenn ich ein Briefing bekomme von der Geschäftsleitung, wir sollten Leadership-Training machen und wir feilen an den Inhalten, dann heißt es ja schnell, Frau Weigl, wir brauchen Quick-Wins, es muss schnell gehen, wir sollten schnelle Resultate haben. Also was mich fasziniert hat, dann in den Trainings, wenn ich die Offenheit herstellen kann, dass die Menschen, es gibt so kleine Ohrensensoren, mit Stresssituationen üben können und sehen, was passiert in meinem Körper. Und sie machen dann die Hartmess-Übungen und sehen dann, in welchem Zustand sie nachher sind oder währenddessen umschalten können. Ich glaube, das ist etwas Matschentscheidendes in den Trainings. Wir arbeiten sehr oft in Trainings nur mit dem Kopf, also intellektuell, ich will alles messen und in einer Excel-Tabelle quasi verpacken können. und es braucht aber einen Zustand, dass Menschen mitkommen und jeder Change-Prozess, jede Veränderungsaufgaben in Teams oder in Firmen sind mit Emotionen gebunden. Menschen brauchen Sicherheit, Veränderungsprozesse machen unsicher. So hilft es, dass Führungskräfte selber in einem guten, präsenten Zustand sind und auch klar bleiben, oder klar bleiben, wenn es vielleicht mal Chaos gibt oder wenn es Widerstand gibt oder wenn es Konflikte gibt, dass man da hinschaut und nicht wegschaut. Und das Thema mit der Hartmess hilft und hilft den Führungskräften, die Emotionen oder die schwierigen Situationen souveräner und authentischer handeln zu können. Jetzt, wie ist es dann für die Unternehmen und die Firmen, wenn die jetzt so mit dir arbeiten, was haben die so für Nutzen so von Hard-to-Mate-Techniken? Ganz konkret, wenn jetzt eine Firma, jemand, der zuhört, eine Firma hat, ein Unternehmen, was hat er dann für einen Nutzen für seine Firma? Gut, wenn man von dem ausgeht und ich glaube, da gibt es viele bewusste Führungskräfte da draußen, dass zwei Drittel von unserer Leistung von Emotionen abhängt, dann ist man bewusst, wenn ich Leistung und Resultate möchte als Unternehmung, dass die Menschen gesund sein müssen, wirklich gesund sein müssen, weil der Stress und permanent Cortisol ausschütten die Menschen nicht mehr effizient sind, sondern sie sind am Funktionieren. Das heißt, es macht auch weniger Spaß und weniger Freude. Dann eines der großen Themen auch in den Business Coaching ist, dass die Teilnehmer sagen, ich arbeite so viel, es genügt nie, ich kriege zu wenig Wertschätzung, ich kriege zu wenig Anerkennung, das macht innerlich auch traurig oder auch aggressiv. Wenn wir unterwegs sind in den Trainings, in den Firmen, ist der erste Nutzen, dass sie wie ein anderes Verständnis für sich selbst und auch fürs Gegenüber bekommen, weil sie mal innehalten und einmal hinhören und wirklich zuhören versuchen und die Wertschätzung an anderen Fokus bekommen. Und wenn sie selber aus dem negativen Stress rauskommen, werden sie auch klarer und entscheiden nicht immer aufgrund von reagieren, sondern halten mal inne und schauen Situationen aus unterschiedlichen Perspektiven an und kriegen dann auch die besseren Lösungen und auch, es macht wieder mehr Freude. Also es ist mehr Leichtigkeit und mehr Freude, mehr Gemeinschaft, mehr ein Zusammensein, mehr in Beziehung in den Teams, ein besseres Verständnis füreinander und was ich auch spannend finde, auch wenn die Teams schon länger zusammen sind, sie werden schneller, schneller im Entscheiden, sie verzetteln sich nicht so, sie fighten nicht so miteinander, sondern sie sind klarer, dass es jetzt gerade schwierig ist und gehen miteinander da durch. Also so wie ich das jetzt gehört habe, einerseits effizienter, aber auch resilienter, das heißt belastungsfähiger, auch in schwierigen herausfordernden Situationen und das ist ja eigentlich das Ziel jeder Firma, dass sie Leute haben, die belastbar sind, die effizient sind und wenn ich das richtig jetzt mitgehört habe, ist es ja auch die Kooperation, die zunehmend, also diese Verbindung zwischen den einzelnen Menschen, die Bereitschaft, gemeinsam auch Lösungen zu finden und kreativ zu sein, würdest du dann sagen, dass Herzkohärenz die Kooperation fördert und dieses Konkurrenzdenken eher abbaut? Das ist eine schöne Zusammenfassung, Remo, was du sagst. Ja, und zwar, was ich wahrnehme, also in den Trainings, wenn Menschen in Beziehung sind, dann braucht es ja eine Präsenz zuerst einmal bei mir selber und das Wahrnehmen von gegenüber. Wenn der Druck und der negative Stress, wo ja viele dieses Hamsterrad immer in sich spüren, oder wo so ausbaut und auslaugt, trennen wir uns ja vom Gegenüber, haben so das Gefühl, ich muss alles alleine stemmen und nur ich und fühle mich eigentlich auch einsam und alleine. In dem Moment, wo diese Kohärenz, vielleicht lohnt es sich mal für die Zuschauer oder Zuhörer jetzt, das Thema Kohärenz einmal zu klären, weil das ist ein Zustand, wo die Hirnforschung so schön erklärt. Ein kohärenter Zustand, da fühlt es sich so an in unserem Körper, mein Geist, mein Körper, meine Emotionen, ich bin in Beziehung mit mir, ich bin verbunden mit mir, ich bin verbunden mit dir, also mit dem Gegenüber, ich höre wirklich zu und ich bin verbunden wie mit was Ganzen, oder? Also das heißt, es fühlt sich so stimmig an und viele sagen, das ist ein Flow-Zustand. Ja. Jetzt, was du sagst, ist, ja, durch diesen Zustand bin ich verbundener, ich habe das Gefühl, ich gehöre dazu und ich möchte auch mitgestalten. Wenn wir inkohärent sind, also das fühlt sich dann im Stress oder in diesem Hamsterrad, da zieht alles an uns oder da sollte man sein und der will noch etwas und da hinten müsste ich noch was lösen oder permanent am Feuer löschen, dann fühlt sich das auch so zerrissen in uns an. Und dieser kohärente Zustand fördert die Präsenz, aber auch das Gemeinsame. Und ich glaube, in Beziehung zu sein ist wirklich, wirklich essentiell, dass Menschen gerne mitziehen mit den Zielen und den Visionen der Unternehmung. Ja, sehr schön. Also ich habe jetzt gerade so dieses Bild gehabt vom Ich ins Wir, von der Ich bezogenen, auch der Getrenntsein, nämlich ich habe keine Zeit, sondern wir finden eine Lösung. dieses Gemeinsame mehr betonen, nicht alleine schaffe ich es nicht, nicht diese Überforderung, sondern das Gefühl, eben nicht allein zu sein und gemeinsam unterwegs zu sein. Das ist auch für mich eine ganz wichtige Botschaft mit der Herzkohärenz an die Menschen, jetzt auch mit diesem Kongress. Wie ist es dann jetzt an deinem Workshop? Also kannst du uns sagen, was hast du da so für bestimmte Techniken, Übungen, wo du da mit den Leuten machst? Sind das sind das spezielle Hardmade-Übungen oder hast du noch andere Techniken? Kannst du uns da ein Beispiel geben von so einer Übung, wo du zum Beispiel mit den Leuten ausführst? Also das eine ist ja, was du sagst, wir machen spezielle Hardmade-Workshops, also Tagesworkshops, wo präsent sind oder so kurze Online-Workshops mit zwei Stunden und dort lernen wir die Übungen. Aber die Leute arbeiten auch mit konkreten Stresssituationen, wo es ihnen nicht mehr gut geht, wo sie in den negativen Emotionen sind. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht lohnt, ich erzähle mal eine Geschichte dazu, vielleicht lassen wir das. Weil die Geschichten bleiben uns besser in unserem Hirn. Wenn Menschen so im Stress sind, ist diese Geschichte von Loslassen vielleicht spannend. Da sind zwei Mönche auf einer Wanderschaft zurück ins Kloster und sie kommen an einen Fluss und der ist sehr reißend und dort steht eine junge Frau, die will auch über den Fluss, aber das Wasser ist so tief, dass sie nicht rüberkommt, ohne dass die Kleider zu beschädigen sind. Also das heißt, nimmt der ältere Mönch die Frau auf die Schultern, trägt sie rüber und drüben ist sie trocken und geht weiter. Der jüngere Mönch geht auch über den Fluss und dann sind sie schweigend auf dieser Wanderschaft und nach zwei Stunden ungefähr regt sich der junge Mönch so auf und sagt, du weißt, wir dürfen nichts mit Frauen machen, du darfst sie nicht berühren, oder? Wie konntest du nur so gegen dieses Verbot stoßen? Und der ältere Mönch horcht den Jungen ruhig zu und sagt, schau mal, ich habe die junge Frau vor zwei Stunden am Fluss abgesetzt, wieso trägst du sie denn noch immer mit dir rum? Und jetzt übertragen auf den Business-Kontext, wenn wir in einem Meeting sind, um neun Uhr morgens ist irgendetwas Schwieriges, ich werde beschuldigt für etwas, wo vielleicht nicht mein Thema ist, oder? Ich nerve mich, ich ärgere mich und jetzt ist vielleicht zwei Uhr nachmittags und ich sollte mich auf etwas konzentrieren oder berechnen oder ein Konzept erstellen und ich hänge noch immer dort hinten um neun Uhr in dem Meeting, dann ist so die Frage, wie effizient und fokussiert war ich in der Zeit und wie viel Energie hat es mir geraubt? Ich möchte ganz kurz was teilen, vielleicht, dass es leichter ist für die Zuschauer, wenn man diese emotionale Landkarte hier nimmt, sieht man auf der linken Seite die Felder, wo negative Emotionen ausschüttet, also immer ist das Cortisol in unserem Körper wie Wut ganz oben links oder Aggression oder Frust oder Panik oder Ärger oder Ohnmacht. Jetzt, wenn das um neun Uhr im Meeting war, dass ich mich ärgere und richtig ohnmächtig war, weil ich da so fremdgesteuert war und beschuldigt und beschämt wurde und ich bleibe dort hängen, dann ist auf der linken Seite das Cortisol in meinem Körper und neben dem verliere ich Energie, powered aus und jetzt sollte ich mich konzentrieren. So, die Idee ist in diesen Trainings, wo die Menschen lernen, nicht in der linken Langkarte so lange festzukleben, sondern in die Mitte sich durch Emotionsmanagement, durch die Hartmessübungen, die Emotionen zu steuern und wieder in einen ressourcevollen Zustand auf der rechten Seite zu kommen und vielleicht auf den Slides sieht man, zwei Drittel der Leistung hängt von den Emotionen ab, auf der linken Seite der Landkarte verbraten wir unglaublich viel Energie und das powert aus und was die Forschung auch sagt, das ist auch noch unten geschrieben, wir, so wie die Schweiz, haben ganz viele Konten, oder, ich rede da nicht von einem Emotionskonto, dass wir auf der rechten Seite dreimal mehr einzahlen müssten, sollten, damit wir langfristig auf dem Potenzial unterwegs sein können, oder? Eins zu zwei wäre das Verhältnis im Balance, aber eins zu drei. So ist da jedes Mal, wenn, stoppt das wieder, jedes Mal, wenn die Menschen in diesen Hartmessübungen unterwegs sind, zahlen sie auf den Emotionskonto rechts ein und dann sind die am Abend nicht so ausgepowert und haben auch noch Kraft für den Abend und der Online-Workshop ist ja nur zwei Stunden, da lernen wir einfach zwei Basisübungen. So ist die Frage, glaubst du, sie wären bereit da draußen so eine halbe Minute die Basisübung von der Hartmess auszutesten? Ja, auf jeden Fall, die Leute freuen sich immer über Übungen im Kongress. Okay, dann lass uns, lass uns das mal miteinander machen, vielleicht machen einige mit. So, die Aufmerksamkeit, wir haben da so ein kleines Herzhirn, mit, der Mann redet von dem Herzhirn mit 40.000 Wahrnehmungszellen. So hilft auch, was du jetzt automatisch schon machst, die Hand aufs Herz zu legen, gell? Ist noch nicht business-tauglich mit Augen zu, aber lass uns mal die Augen zuschließen. Ein bisschen tiefer atmen und die Vorstellung ist, auch wenn du durch Nase und Mund da weiter atmest, die Vorstellung ist, durchs Herz einzuatmen und durch das Herz auszuatmen. Das ist die Basisübung. Lass uns das mal halbe Minute testen. Herz ein und Herz ausatmen. Und wenn der Geist abschwert, gleich wieder zurück, Fokus auf das Herz einatmen, Herz ausatmen. Und so kann es sein, dass der eine oder die andere da draußen wahrnehmen, es wird ein bisschen ruhiger, während ich das mache. Dann einen guten Abschluss machen, weil wir ja in einem Kongress sind. Diese Übung ist ganz einfach einzubauen, oder? Während deinem Meeting, wenn jemand vorne redet, natürlich immer mit offenen Augen, kein business-tauglich, wo nicht irgendwo warte, am Bahnhof, im Zug, vor einem Meeting, vor Besprechung, vor einem Mitarbeiterinterview, wann auch immer, einbauen, halbe Minute, Minute, so Stillzeiten. Und die Leute merken, dass ich dann am Abend wirklich mehr Energie zur Verfügung habe und so vorher, wie schon gesagt, in der Landkarte rechts einbezahle, deswegen lauge ich nicht so aus. Super Übung, also ich bin begeistert von dieser Einfachheit, auch von den Hartmet-Übungen jetzt. Was hast du so für spezielle Übungen oder Technik, die jetzt die Potenziale weckt, so mit den Leuten, du bist ja auch mit der Erwachsenenbildung tätig, wo du mit Menschen zu tun hast, die sich weiterentwickeln möchten, wachsen möchten, vielleicht sogar manchmal über sich selbst hinauswachsen möchten, in neue Potenziale. Und hast du da so Erfahrung gemacht, dass es da bestimmte Techniken, Übungen gibt, die besonders hilfreich sind, um Potenziale zu entfalten? Schöne Frage, mit Potenzialentfaltung. Wir werden ja in unserer Gesellschaft nicht dort geschult, dass wir auf unsere Bedürfnisse, auf unsere Talente, auf unsere Werte schauen, sondern wir sind oft im Funktionieren. Und was die Menschen dann verlieren, ist die Begeisterung für ihr Tun, oder? Wenn ich mich am Sonntag schon nerve, weil ich am Montag in die Arbeit muss, da ist ja irgendetwas verloren gegangen. So eine Herzensangelegenheit, wirklich Herzensangelegenheit, was ich jetzt schon über 13 Jahre mache. Wir haben den Fokus in unseren Trainings, und da braucht es immer mutige Führungskräfte, die persönliche Leadership, und zwar die Verantwortung zu übernehmen im Prozess und das auch rauszuarbeiten, wer bin ich, für was stehe ich, was sind meine Werte, und zwar Kernwerte, was sind meine Talente, und was will ich in dieser Welt wirklich, wirklich bewegen? Also Lieder und Pioniere haben eine Gemeinsamkeit, sie sind sehr klar in ihrer Mission oder Berufung. Und ich glaube, wenn es Firmen gelingt, die Berufung von einem Menschen, von einem Mitarbeiter, mit der Vision von einer Firma zu verknüpfen, und zwar emotional, das sind die Kulturen, wo Menschen wirklich auch gesehen werden. Und es braucht ein bisschen Mut, ja, aber wir machen solche Prozessbegleitungen und Kulturentwicklungen und Trainings, wo die Führungskräfte diesen klärenden Prozess machen. Und seit die Hardmess, die Hardmess mache ich ja, die ersten drei Jahre hatte ich sie noch nicht gekannt, seit ich die Hardmess dort einbaue, ist das Thema Resilienz ja in Fokus, weil die Hardmess stärkt ja die Resilienz. Und ein Resilienzfaktor ist eben die sinnstiftende Zukunftsgestaltung. Also wenn Menschen, wo unterwegs sein können, wo sie gesehen werden für ihren Beitrag, ist die Effizienz und die Leistung und die Begeisterung und die Freude ganz anders verknüpft. Also wenn Führungskräfte eine Kultur entwickeln in ihrem Team oder ihre Unternehmung, dass sie Menschen wirklich sehen in dieser Berufung und die Wertschätzung und die Entwicklung dieser Potenziale die Priorität geben, dann sind die Firmen anders unterwegs. Und deswegen sind sehr oft sehr gute Firmen bei uns im Training, weil sie ja Bewusstsein bereits haben, dass die Potenzialentwicklung dort anfängt und dass das nicht eine private Angelegenheit ist, oder, sondern dass es ein Kulturbestandteil ist, wo Menschen Talente und Werte wirklich outleben dürfen. Da sind sie glücklicher, sind sie zufriedener, sie bringen mehr Leistung und die Hardness ist eben dort ein Schlüssel, weil in diesen tieferen Prozessen, wo ja ganz viele Menschen gar nicht gerne haben, komme ich auch an meine eigenen Ängste und Zweifeln ran und durch die Hardness, weil sie die Emotionen dann gut halten kann, ist das nicht so anstrengend. Und die Firmen, wo wir begleiten durften, die Change-Prozesse, laufen dann einfach authentischer, echter und ich weiß, als Führungskraft, jeder Change-Prozess bringt die Ängste und Schattenthemen der Menschen hoch. Und wenn ich die aber halten und führen kann, dann gelingt das besser, weil die meisten Change-Prozesse funktionieren ja überhaupt nicht und über 90 Prozent klappt nicht. So müssen wir eigentlich was anderes überlegen und das könnte eines der Themen sein, diese Potenzialentwicklung, wo du jetzt sagst, Remo, dass die ernst genommen wird, weil dort sind Menschen zufriedener und wenn Menschen zufriedener sind, haben sie auf der rechten Landkarte mehr einbezahlt und dann kommen sie lieber in die Arbeit und sind auch bereit, emotional die Vision der Unternehmung zu tragen und machen nicht einfach Dienst nach Vorschrift, oder? Und dann die Begeisterung dann an den Feierabend oder ins Wochenende reinbringen, sondern sind dann in der Begeisterung, ich will mit den anderen Kollegen etwas gestalten. Das berührt mich gerade sehr im Herzen, den Gurausch, El Gő, das Herz, das kommt ja auch gut, Herz und Mut sind sehr eng miteinander in Beziehung und ich glaube, es braucht wirklich auch Mut, mal ganz tief zu schauen, wofür brenne ich wirklich? Was sind meine Begabungen? Und damit all diesen Themen, wenn wir dann hochkommen, vielleicht auch Zweifel, Unsicherheiten, den Mut haben, durch diese Veränderungen zu gehen, den Prozess zu machen und das sind wahrscheinlich auch die Übungen sehr, sehr hilfreich und auch die Begleitung, denn in meiner Erfahrung als Therapeut, ich bin ja auch selber Trainer, habe über 1000 Yoga-Trainer ausgebildet, ist, die meisten Menschen schaffen das nicht so gut alleine, wenn eben dann die Themen hochkommen, zum Beispiel der Selbstzweifel oder vielleicht die Unsicherheit oder die Angst vor der eigenen Größe, habe ich auch oft das Gefühl, oder die Angst, vielleicht dann wirklich auch so das Potenzial wirklich auch abzurufen und wie siehst du das? Brauchen Menschen für wirklich eine, ich meine jetzt eine nachhaltige Veränderung, nicht einen guten Vorsatz, das können wir alle am Ende des Jahres fassen, für eine nachhaltige, tiefe Veränderung, wirklich eine Transformation, brauchen Menschen dann eine Begleitung, einen Coach oder ein Training, was ist da deine Erfahrung? Sag mal, es gibt wie beides, es kann sein, dass mich das Leben an irgendeinen schwierigen Punkt bringt, wo die Notbremse gezogen wird und wenn dann eine Bereitschaft da ist von dem Teilnehmer, er schaut dort genau hin oder sie schaut genau hin, kann sie der Steuer im Leben rumreißen, aber die Bremse kommt von außen, eine Beziehung geht kaputt, ich verliere irgendetwas, jemand ist in der Familie krank oder ich verliere eigentlich meine Arbeit oder bin im luftleeren Raum, da hilft es in diesen schwierigen Situationen sehr oft, dass jemand im Außen mir hilft, dort wieder klarer zu werden und mich zurück zu den Ressourcen zu finden. Das andere ist aber auch, es kann einfach gehen, indem ich einfach ein Umfeld habe, wo man sich miteinander auf den Weg macht und sagt, okay, so wie es jetzt geht, das geht nicht mehr. Lass uns miteinander was gestalten, also nicht aus dem Schmerz oder aus einer schwierigen Situation, sondern einfach aufgrund von Lust, ich möchte gemeinsam etwas in die Welt tragen oder, dass ich am Ende meines Lebens meine Geschichten schreibe und nicht am Beifahrersitz sitze und das Leben eines anderen lebe, oder? Weil das Leben ist endlich, oder? Je älter wir werden, desto mehr merke ich, oder will ich, ich will aus diesem Hamsterrad raussteigen, aber die Frage ist ja dann, was ist denn das Neue, was ich gestalten möchte? Und meine Erfahrung ist, ich bin ja selber schon über 25 Jahre in diesem Coach, ich gehe regelmäßig in diese Prozesse rein, um für mich immer wieder klarer zu sein, oder? Weil ich selber wie betriebsblind bin für mein System, brauche ich einen anderen, ich kann zwar alle coachen, oder? Aber mich selber hilft es immer, wenn ich mit anderen in die Prozesse gehe. So, glaube ich, braucht es beides, Einen Teil können wir selber machen und ein Teil, wie du sagst, braucht es eben Ruhe, Du bietest ja auch Retreats an, wo es ruhig ist, wo es still wird, weil die Antworten sind ja in uns. So braucht man vielleicht wie die Erlaubnis, in die Stille zu gehen und mal gar nichts zu tun und im Sein zu sein und auf das Herz zu hören, ja, was will denn eigentlich mein Herz? Weil mein Kopf weiß ja den ganzen Tag, was er will, oder? Aber es will das Herz. Ja, da hast du mir jetzt gerade aus dem Herzen gesprochen, denn so vor einigen Jahren, als ich intensiver mich mit dem Herzthema befasst habe, in der Meditation auch, habe ich gespürt, dass ich zu viel im Erfolgsrat bin und dass ich eigentlich mein Herz möchte lieber in die Erfüllung gehen, also das heißt, dass der Erfolg gar nicht mehr so wichtig ist an einem gewissen Punkt, weil ich bin natürlich dankbar für allen Erfolg, den ich erreicht habe, geschenkt bekommen habe, aber das ist eigentlich mein Herz, die Erfüllung und auch diese Kongressen, jetzt mit dir im Gespräch zu sein, mit so vielen tollen Menschen, dieses Herzfeld zu weiten, das erfüllt mich unglaublich und das finde ich ganz wichtig, dass jetzt alle, die zuhören, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, was erfüllt mich, was bringt mich in die Freude, was bringt mich in die Energie, was bringt mich ins Leuchten, was bringt mich weiter und wenn wir uns diese Frage, das kann sich ja auch verändern, immer wieder neu stellen, dann bin ich überzeugt und habe das auch erfahren, dann können wir viel mehr potenziale Begabungen entfalten, die wir ja alle, wie du es schon schön formuliert hast, eigentlich sind die ja schon in uns, die warten nur darauf, erweckt entfaltet zu werden und also mich hat es jetzt sehr berührt auch, eben das Sowohl-als-auch, also es kann durch Schmerz kommen, schmerzvolle Erfahrung, es kann aber auch durch ein Bedürfnis kommen, indem wir einfach mehr in Verbindung kommen und spüren, ah, da ist noch die Erfüllung, vor allem wenn man vielleicht ab 50, Herr Rüdiger Dahlk hat mal gesagt, wenn man im 50 immer noch dem Erfolg nachrennt, dann schießt man nur Eigentore, weil man dann mal die Seiten wechseln sollte, ab 50 mehr nach innen, nicht mehr nach außen zu leben und das ist mir geblieben, den Seitenwechsel und ich würde jetzt auch gerne einen Wechsel machen, so von unserem Gespräch in eine Übung, denn ich habe so jetzt einfach das Gefühl, eine ganz tolle Sache wäre jetzt noch so eine Übung von dir, die du uns anleiten kannst, genau das zu erfahren, wo wir jetzt auch darüber geredet haben, diese Herzkohärenz. Gerne. Lass mich überlegen. Remo, darf ich? Das, was du hast jetzt gerade ja vorher, ich zeige kurz etwas, du hast vorher von dem Feld geredet, gell? Ja. Ich zeige vielleicht, bevor wir die Übung machen, warum es sich lohnt, das dann zu tun. Du siehst jetzt dieses Feld, von dem du geredet hast, sichtbar, gell? Das elektromagnetische Feld. Wenn wir jetzt uns mal vorstellen, in dieser Welt hätte das, wo du sagst, die Seiten gewechselt, gell? Die Seiten gewechselt. Das Business ist ja noch die Bastion, wo das Herz außen vor ist. Jetzt, wenn wir mal uns vorstellen, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wie du das letzte Mal verliebt warst und wenn wir verliebt sind oder kohärent sind, ich sage jetzt mal, wenn der Blaue hier kohärent ist oder und denkt an etwas, für die er sehr dankbar ist oder erfüllt ist. Du hast jetzt von Erfüllung geredet oder erfreut ist und dieser blaue Mensch ist eine Führungskraft und er leitet jetzt ein Meeting in diesem Zustand. Hat er mit seinem Feld eine Auswirkung auf diese rechte Seite und steckt mit dieser Erfüllung oder Dankbarkeit oder Zufriedenheit an? Also mal angenommen, eine Führungskraft würde in diesen verliebten Zustand in ein Meeting reingehen, oder? Dann wird das anders ansteckend sein. Jetzt, was wir für Übung machen, oder? Weil ich glaube noch immer, dass das Herz ein bisschen außen vor ist in unserer Wirtschaft und in unserer Businesswelt, aber es ist ein Zustand. Also diese Felder von Erfüllt sein, Zufrieden sein, Wertschätzend sein, Mitgefühl sein, diese Felder stecken in beide Richtungen an. Also wenn eine Führungskraft, die blaue noch immer, im Stress ist oder in der Aggression und führt so ein Meeting, sind die Teilnehmer dann ausgepowert, wenn sie rausgehen aus dem Meeting. So, was wir jetzt machen, ist mit dieser Übung, sie heißt Quick Coherence oder schnelle Kohärenz, dass wir das Feld immer wieder in uns und fürs Außen erstellen können, dass diese Zufriedenheit oder diese Dankbarkeit dann ansteckt. Ich stoppe uns da mal. Jetzt für die Zuschauer von außen, wo von Anfang an dabei waren, die Basisübung ist noch immer das Gleiche. Wir machen das jetzt zum Schluss mit der Quick Coherence. Du machst ja so schön automatisch die Hand aufs Herz, es tut so gut. Ich erkläre es zuerst, bevor wir es tun. Die Übung ist noch immer das Herz einatmen, vorstellen und das Herz ausatmen. Vorstellen und dann etwas wählen, für das sie dankbar sind und versuchen aber mit dem Kopf nicht rumzuswitchen, sondern bei einer Dankbarkeitssituation zu bleiben. Und lass uns das vielleicht eine Minute oder so, eine gute Minute machen und den Menschen hilft zum Anfang beim Üben, dass sie die Augen zuschließen. Ist noch nicht sitzungstauglich in einem Business oder aber zum Üben reicht es jetzt. So, die Bitte ist, die Augen zu schließen für einen Augenblick. Vielleicht tut es gut, die Hand aufs Herz zu nehmen, ein bisschen tiefer und langsamer zu atmen. In der Vorstellung, ich kann durchs Herz einatmen, durchs Herz ausatmen und eine Situation und eine Situation der Dankbarkeit wählen und versuchen, die Dankbarkeit wahrzunehmen und zu halten. Herz ein, Bauch aus und die Dankbarkeit. Und wenn der Geist springt von Dankbarkeit zu Dankbarkeit wieder zurück zum Herz, Herz einatmen, Herz ausatmen und eine Dankbarkeitssituation wahrnehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht für alle da draußen, wahrnehmen im Körper wird es ruhiger und manches Mal merkt man auch, dass der Kortex, also der Stirnlappen hier vorne entspannter wird. Herz einatmen, Herz einatmen, Herz ausatmen, Herz ausatmen, die Dankbarkeit. und das ist mit der Zeit und das ist mit der Zeit dann relativ schnell ein kohärenter Zustand, wo es sich verbunden und stimmig anfühlt. und das gut wieder abrunden abschließen und wenn Sie parat sind, wieder die Augen zu öffnen, um in den Kongress zurückzukommen. Ja, vielen Dank. Ich bin immer wieder geflasht, berührt von diesem Dankbarkeitsgefühl. Ich habe das Gefühl, das bringt mich immer gerade sofort ins Herz. Es ist einfach eine ganz hohe Frequenz, die Dankbarkeit. Ich habe das auch schon in Studien gelesen, dass Dankbarkeit eine der höchsten Frequenzen ist. Also vielen Dank für diese wundervolle Übung. Genau. Und die kann man überall einsetzen. Also das heißt, wenn man ein bisschen trainiert ist mit offenen Augen, man sieht es nicht, wenn man es tut und wenn ein Meeting so happig ist oder alles ziedert an uns und wir haben wieder das Gefühl, im Hamsterrad zu sein, ganz kurz innehalten, oder? Aber das kann man auch während dem Gehen machen und der Körper erinnert sich an diese Dankbarkeitssituation. Ich habe den Zustand von Kohärenz und dann kann ich wieder besser konzentrieren oder Lösungen finden, was gerade braucht. Jetzt ist mir gerade noch so in den Sinn gekommen, wenn man bewusst jemandem ein Danke ausspricht, eine Wertschätzung, könnte das auch hilfreich sein, dem anderen so eine Einladung zu geben ins kohärente Feld, indem man jemandem ein ganz bewusstes Danke aus dem Herzen ausspricht. Schöne Überlegung, Remo. Ja, wenn es authentisch ist, wenn es nicht einfach eine Floskel ist vom Kopf, oder? Wenn ich es berühre, also das heißt, wenn ich dem anderen teile, warum ich dankbar bin für ihn, ist das im Feld, was wir gerade vorher angeschaut haben. Und spannend ist, wenn man die Gallup-Studie nimmt, oder? Der oberste Kündigungsgrund ist ja noch immer, ist ja nicht der Lohn, dass Menschen von Unternehmen rausgehen, sondern ich werde zu wenig anerkannt und wertgeschätzt. Das ist ein schöner Input, was du bringst. Das heißt, die Dankbarkeit und die Wertschätzung den Menschen zu geben, schafft da Wertschätzungskultur. Und ich glaube, zum Schluss, Wertschöpfung durch Wertschätzung, das funktioniert. Das funktioniert. Das glaubt man nicht, aber es funktioniert. Und dann kommen die Zahlen, wurde vorher gesagt, das mit der Erfüllung, die Zahlen kommen von hinten. Aber ich habe sie nicht im Fokus, sondern ich habe den Menschen und die Wertschätzung. Und das Danke sagen, dass der Mensch mit mir unterwegs ist und im Business Ziele erreichen möchte, es wäre so eine schöne andere Welt, wenn die authentische Wertschätzung im Fokus ist und in den Strategiepapieren als erster steht. Ja, damit hast du eigentlich schon meine letzte Frage beantwortet. Was ist denn die letzte Frage? Die letzte Frage ist nämlich, wie sieht dann unsere Welt aus, wenn es noch mehr Menschen gibt, die durch diesen Herz-Gehirn-Kohärenz-Kongress dieses Herzfeld bei sich selbst mehr entwickeln, also diese Entfaltung der Herzenergie, uns dann auch teilen, ins Feld bringen, wenn dieses Feld wächst. Wie sieht dann die Welt und die Wirtschaft aus, wenn das Feld wachsen darf, das Feld der Herzenergie? Wie siehst du das? Wie die Wirtschaft aussieht, wenn das Herz und nicht der Kopf der Master ist, gell? Also wir haben jetzt mal von dem Feld geredet, wir stecken an in beide Richtungen und wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen einander und wir sind ja lieber mit Menschen unterwegs, wo wir gesehen werden. Menschen wollen gesehen werden. Wir wollen, du hast vorher Erfüllung gesagt, eine sinnstiftende Arbeit machen, wo ich dazugehöre, wo ich etwas bewegen kann. Wenn Führungskräfte, und es gibt ja schon ganz viele Ansätze von der positiven Psychologie oder von Professor Seligmann mit der Zufriedenheit und Glücksforschung, also wenn das wirklich Führungskräfte ernst nehmen und nicht einfach einen Haken hinter die Training setzen, sondern wirklich als Kultur installieren und implementieren, werden sie am längeren Hebel setzen, weil die Mitarbeiter werden gebraucht und gesucht. Mitarbeiter können die Kulturen aussuchen. Und diese bewussten jungen Menschen sind lieber unterwegs dort, wo ich Wertschätzung und Anerkennung bekomme, wo ich meine Bedürfnisse einbringen kann und nicht einfach eine Nummer bin. Unsere Welt, diese Felder, da ist ja in der spirituellen Szene ganz viel wohl läuft und auch von der Forschung, du hast ja den Gerald Hütter auch eingeladen, der bekannte Hirnforscher, da geht es ja um die Potenzialentwicklung und welche Kulturen braucht es, dass die Potenzial entwickelt werden. Und dort ist das ein Zentrum, wahrscheinlich erzählt er ein bisschen etwas darüber, dass Menschen ein Subjekt sind und Bedürfnisse und Werte und Talente haben und nicht als Nummer und Objekt einfach irgendwo funktionieren müssen, weil das lässt krank und lässt leer und unzufrieden und dann steigt die Aggression. So, die letzte Passion. Ja, du hast recht, das Business braucht das Herz und die Herzkurrenz. Ja, vielen Dank für diesen wundervollen Vortrag, das Interview von dir. Gerne, gerne. Hat mich sehr berührt und danke für die wertvolle Arbeit, die du ins Business bringst, ins Corporate Training, in die Erwachsenenbildung. Das schätze ich sehr, dass es solche Menschen gibt wie du, die das mit so viel Begeisterung und Freude zu vielen Menschen bringen. Herzlichen Dank. Gerne. Und vielleicht konnten wir einen kleinen Impuls für alle, wo uns zuhörten, geben. Es braucht Mut, das Herz ins Business zu bringen, das Herz in den Fokus zu nehmen. Aber ich glaube, es wird lebenswerter, unser Leben. Also viel Spaß weiterhin an den Kongress und alles Gute für Sie und Ihr Leben. film 7 Am100 2 1 2 2 1 3 5 6 6